einen wunderschönen guten tag zurück bei seven days to die wir waren stehen geblieben genau wir wollten da in dieses ding rein haben wir ein bisschen viecher geschnetzelt was da so abgeht haben wir sie alle weg oder haben wir sie nicht weg ja ich weiß dass die heißes was kann man denn rausschmeißen hier eigentlich nichts dies brauchen wir dies brauchen weiß ich nicht knibbel schmeißen raus knibbel schmeißen raus so haben wir glaube ich erfolgreich erst mal alles weg hier dann gucken wir mal rein was hier schönes gibt pillenjob geil ist gut aber gucken wir mal was wir finden dritten wollen wir nicht was lassen wir da was lassen wir da kaffee haufen kaffee alle kinder war heute machen das mal rein den erst mal da rein nehmen wir den mit und schmeißen die holz und erstmal da rein die die auch und messen schmeißen mal rein ok gucken wir mal ob wir hier irgendwas gescheites finden ach du scheiße sieht ja komisch aus moment kommt da schon wieder was ich mitnehmen oder das ist geil kommt da schon wieder kommt da schon wieder kommt da schon wieder hier Okay, jetzt wieder raus, weiter geht's. Okay, die Seite. Noch ein Beaker, ey. Ist doch was drin. Man weiß es nicht. Aber brauchen wir auf alle Fälle irgendwann. Okay. Da ist ein Leer. Okay. Komische Gerüche. Das ist ja, ey. Also leere Gläser gibt's ja hier zum Totschlag. Aber Pilgen auch eine ganze Menge. Schon wieder voll. Gibt's ja gar nicht. Hühnchenration. Nochmal. Dann lösen wir das doch gleich nochmal. So, den haben wir weg. So, warte mal. Ja, ja. Waren wir da nicht drin? Das ist natürlich cool, wenn wir jetzt so viel Zeug schon kriegen. Könnten wir dann beim Trader mal probieren. Ob wir da nicht im Kalibre kriegen. Und den werden wir mal gucken, ob wir da überhaupt was finden. Plünder und Level 10 sehen sie ja schön. Kommt hier richtig Zeug zusammen hier. schon wieder voll. Ja. Ja. Wenn der ist ja so viel Holz raus da. Weißt du was? Wir schmeißen erstmal alles raus hier. Ein bisschen Platz haben hier. So, ist leer. Okay. Gucken wir mal, ob wir da reinkommen. Gibt es noch mehr Zeug? Oh. Oh. ich würde echt zeit ist eine exe die kaputt 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 scheiße die hätte ich schon gerne mitgenommen die hätte ich schon gerne mitgenommen ich habe jetzt auch noch keine wrench dabei das ist ja blöd müssen wir uns auf alle fälle mal weg und setzen dass wir wissen aber da hinten gibt es nicht die station sonst wird das nix ich glaube man da haben wir uns jetzt im moment ist mit kinder so immer was wurde es was war das sehr schön können wir sogar so rein das die mit hoffen wir nie ist klar woher so klopfen eigentlich gibt es mir voll sind aber schön alleine um Blut hoch zu kriegen muss ich mir hier alles einkommen ist das Messing? ne ok aber gibt es hier kein Tresor oder irgendwas wir haben keine Ranch scheiße ok da müssen wir jetzt eine Waypoint setzen da nehmen wir mal einen mit da nehmen wir zwei mit nehmen wir nicht mit die nehmen wir mit äh die nehmen wir mit die können wir raus dann nehme ich lieber die mit die mit kaffee 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 brauchen wir das jetzt ich schmerzmittel nehmen wir lieber mit alkohol haben wir welche machen wir hier noch nix äh ja und zwar schmeißen wir jetzt raus äh die können wir das scrapen dann den brauchen wir der wäre wichtig Messing kaffee ach weißt du was ist jetzt hier fürs erste nehmen wir das erstmal so mit äh äh hier nehmen wir mit da haben wir schon zehn stück können wir ausgrappen flasche wasser füllen wir auf das muss mit das muss mit äh stein brauchen wir noch bambam bambam scrapplastik die können auch aus hier die müssen wir nicht mitnehmen so das machen wir so oh den aus den rein die hätte ich gerne noch mitgenommen äh hehehe clever ja die brauchen wir ja die können wir zerlegen was habe ich gesagt den müssen wir mitnehmen das können wir uns später holen die fackeln nehmen wir noch mit lips ja äh da kommt das auf einmal her Leder haben wir hier noch Leder drin aber den haben wir noch dann haben wir uns da noch was rein ist immer voll dann haben wir uns dann hier noch ich glaube schon haben wir uns das noch rein genau dann haben wir uns da noch ein rein sehr schön ja ja genau ist schon klar so was lassen wir jetzt noch hier was ist das das nehmen wir aus dafür nehmen wir die lieber mit weißt du was die können wir aber irgendwann bauen äh dann nehmen wir die lieber mit äh äh regelpfeile brauchen wir nicht haben wir voll gut gehen wir mal los beziehungsweise ist ja eh schon 16 Minuten hätten hätte ich gesagt verbringen wir noch hier und dann ja gehen wir in der nächsten folge los ob man nicht irgendwo dann mal was finden wo wir uns häuslich niederlassen dann ich werde versuchen die folgen ein bisschen kürzer zu machen weil ich glaube das lohnt sich jetzt gar nicht loszurammeln und dann werden wir mal schauen was passiert in der nächsten folge wir werden die folgen jetzt 120 minuten machen weil wahrscheinlich dann mit dem hochladen schneller geht das will ich jetzt ausprobieren und dann sehen wir uns in der nächsten folge bis denn ciao